Ach du Heiliger Okay, alles klar, Bosskampf Oh alter, was? Was macht ihr mit mir? Hör auf da, hör auf mich zu essen Nein, hör auf Lass mich los, Mann Nein Puh, Donnerwetter Ist hier nix Okay, Geist befreit Boah, was? So, den muss ich auch noch hier irgendwie erwischen Bam Uah, der fällt auf mich drauf Was ist denn mit dem? Erinnerung freigeschaltet Der Teddybär ist klasse Was? Der Teddybär? Na Er arbeitete den ganzen Tag mit seinem Vater im Garten Eines Tages kam eine schöne Frau vorbei Und Er lernte sie kennen Sie lebten glücklich Er schenkte ihr eine Blume Das ist eine tolle Geschichte Der Teddybär Oh lol Den hab ich gar nicht gesehen Voll gut Blub, 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 blub Ah, guck mal Frikadeller schon wieder Ich hab Hunger Und Günther so Nee, nee, warte Frikadeller Moment Hier geht's gar nicht zum Grill So Wir müssen wahrscheinlich nach oben Geh ich mal ganz stark von aus Haben wir alles? Und dann hier so Wieso? Du hast mir doch gesagt Dass es hier zum Grill geht Du wolltest den Grill hier Keine Ahnung Ich hab Hunger So Ich glaub wir müssen nach oben Die zeigen alle nach oben Und gucken auch nach oben Ich glaube Ich mein wir haben jetzt alles Ich guck nochmal schnell auf die Karte Nicht dass wir irgendwas vergessen haben Ja, okay, alles klar Da kommen die nächsten drei So Hier lang geht's bestimmt nach oben Ne, natürlich Das wird ja jetzt lustig So Dann wollen wir mal Oh Gott Äh, ja Da oder da lang Ich bin unschlüssig Geh mal hier lang Ich so hier so Ich so hier so Dann ich da lang Und ich oben Okay, wahrscheinlich mehrere Wege Schätze ich mal Erstmal winken Hallo Na, 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 na So, wo geht's jetzt weiter Äh, ja Ähm, ach hier Okay Alles klar So Und hoppa Voll gut So Das klappt ganz gut Sehr schön So Ich bin gespannt Was oben auf uns wartet Was ein schönes Spiel Okay Okay Nein Nein Ich hab's gewusst Au Das war auch gemein Der Weg war echt gemein Äh, wo muss ich jetzt lang Achso Ich bin oben Am Scheitelpunkt Meines Lebens So Wir sind oben Aber Wo jetzt lang Einfach runter Oder was Ah, hier Juhu Geil Äh Okay Tschüss Nicht gut Nein Doch Ah Nein doch Oh So wie Louis de Finesse Ach du Heiliger Wo laufen die hin Achso Die patrouillieren da Ne Okay Wir haben da hinten Auf jeden Fall Hier haben wir Leute To bekämpfen Können wir die überhaupt Alle bekämpfen Wahrscheinlich ja Und wir haben Okay Alles klar Gut Wir haben keine Übersehen Da bin ich schon mal beruhigt Dadurch kriegen wir ja auch Geschichten Wenn wir die bekämpfen Vielleicht sollte ich mir Erstmal den einzelnen Da hinten nehmen So Den haben wir Da hinten sind auch noch so zwei Das Grüppchen Würde ich erst mal Erst mal lassen So Dann haben wir die auch Ich weiß nicht Ich weiß nicht worauf Die warten da Ich glaube Sobald ich einen Angreif Kommen die Kommen die alle Ne Ja das habe ich mir schon gedacht Äh Bier Oh Frikadella ist auch dabei Geil Frikadella Frikadella Geil Gib mir meine Frikadelle Ach und Günther auch Günther und Frikadella sind da am Start Geil Geil Bier Gib mir mein Bier Ach guck mal Günther Aua Nein lass mich Lass mich Nein 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 Hör auf zu singen Nein Au 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 Lass mich Lass mich Lass mich Frikadella Ich erlöse dich Gar kein Problem Die werden immer nackt Ah Nein Ich bin keine Frikadella Mann lass mich Boah Das sind aber ganz schön viele Alter Boah alter Günther Hör auf damit Da ist Frikadella Frikadella Ich erlöse dich Komm Nein Ach die schmeißen auch noch Sachen Das ist ja gemein Das hab ich gar nicht mitbekommen Wie Frikadella hinter mir her ist Und mich greifen will Als wär ich so ein leckeres Frikadellenbrötchen Mhhh So Günther Das war's für dich Und Frikadella hat sich auch gleich erledigt Warte Boah alter Uuuuuh Gib mir mein Essen So die erste Frikadelle haben wir Au Der schmeißt mir den Stein Ist das denn so Unglaublich Nein Erinnerung freigeschaltet Er traf ein nettes Mädchen Und Sie verliebten sich Sie mochte auch Blumen Und bald Hatten sie eine Familie Und gingen spazieren Na hab ich's nicht gesagt Wir wissen alle worauf das hinausläuft So Ich frag mich worauf haben wir hier gewartet Was ist denn hier Okay So Ähm Sängerin Erinnerung Scharf freigeschaltet Oh da oben Oh Den können wir auch noch befreien hier Sehr schön So ich glaub da müssen wir über die Steine Steine aus Reine Nein Nein Oh Huha Alter So Wie kommen wir denn Wo war denn das Ach da oben am Auto Oh ja Bäume 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 Ja Sehr schön Aber wie kommen wir oben aufs Auto Wir müssen auf dieses Auto kommen Wahrscheinlich über diesen Stein Oder da Ah warte mal da oben Ja Okay alles klar Ich seh's Ich seh's Über die Werbetafel hier oben Irgendwie Komm mir hier einfach so hoch Ja Okay So Dann wollen wir mal Gott 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 Oh nein Es war so klar Ich kann das so schlecht einschätzen It goes Moin zusammen Hallo Danke für den gifted sub Gerade erst gesehen Ja Hallöchen Ich grüße dich Und viel Spaß Mit dem gifted sub Und schön dass du einschaltest Hallöchen Willkommen zu After Us Also Ne Nach uns Und Glückwunsch Zum gifted sub Natürlich So Warte So hier rüber Und Jetzt kann ich Wo war der denn Da Das geht noch nicht oder Ne Oder kann ich hochspringen Ja das geht Huh So Haben wir den Geist befreit Den nächsten Das heißt wir können eigentlich weiter gehen Ah hier hätten wir die ablenken können Am Automaten Vorhin die Gegner Okay So Weiter geht's Hier geht's glaube ich Nicht weiter Nein Okay Gut Sehr schön Ich glaube das werde ich durchspielen Im Stream Also vielleicht nicht heute Aber Äh Das ist glaube ich auch ein Spiel Was man sehr gut Durchsuchen kann Und ich glaube das wird auch glaube ich auch nicht allzu lange gehen Geht acht Stunden Okay Das geht ja Jetzt haben wir Was haben wir Wie viel haben wir jetzt Drei Noch fünf Das geht ja Wir kommen gut voran Ne Da ist wieder Glas Da gehen die lang Da müssen wir bestimmt auch hin Geht's irgendwo lang Ist glaube ich auch gut zum zugucken Ne Ist auch so ein schönes Streamspiel Okay da geht's aber glaube ich nirgendwo lang So Gut Dann wollen wir mal Weil ich will auch wissen was hier Was hier Phase ist Gut dann weiter Da hinten oben irgendwo Okay Ich guck mal eben schnell auf der Karte Haben wir schon lange nicht mehr Äh Okay Wir haben keinen vergessen Zwei kommen So Dann düsen wir erstmal hier rüber So Das müsste jetzt hier so dieses Financial District sein glaube ich Ne Könnte sich ein Komet so Hochhäuser Und so ein Kram Okay Blau auch wieder da Da hinten Müssen wir über diese Ich glaube schwebende Rollstuhl Rolltreppe wenn ich es richtig gesehen habe Nein das war zu Das war Ja das war scheiße Man muss einfach sagen Es war scheiße So Und Zack Ich denke aber dass wir da automatisch hinkommen Ja Ich glaube die Figuren leiten uns auch immer so ein bisschen Wo wir lang müssen Damit man nicht so ganz Äh Wahllos rumläuft Ich meine viel verlaufen kann man sich glaube ich hier nicht Man Oh Hat der ernsthaften Hat der ernsthaften Äh Dings auf dem Kopf Habe ich das gerade richtig gesehen Habe ich das Habe ich das richtig gesehen Hat der einen Kochtopf auf dem Kopf gehabt Ernsthaft Guido Guido was ist los Hat es mit dem Kochen nicht geklappt So warte mal Wo müssen wir denn Der hat ernsthaften Kochtopf auf dem Kopf Nein Ohr alter Guido Nein sag mal Ich bin nicht zum Kochen da Alter So Lass mich Ein Kochtopf So den haben wir ne Das heißt Ja das ist die Richtung Ich guck mal Wie wir da jetzt hinkommen Okay Okay Ich verstehe Boah alter Frikadella Frikadella ist wieder am Start Das das Oh es geht weiter Die Geschichte geht weiter Und sie wurde erwachsen Und sie waren glücklich Voll gut Sehr schön So Jetzt muss ich mal kurz gucken Die haben mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht Wo wir hin müssen Wegen blauen so Nach oben Da oben müssen wir hin Zumindest zur nächsten Okay Oh moin Nein 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 icon Lass mich in Ruhe Ruhe Puh Alter So, guck ich mal, dass wir irgendwie Irgendwie nach oben kommen Wie kommen Spiel, okay, danke Wie kommen wir nach oben? Hier Aber kommen wir dann auch nach links, ist die Frage Boah, Alter, jetzt geht's aber los mit Gegnern, hier, wa? Oh, oh nein, oh nein Boah, Frikadella, lasst mich So, Frikadella haben wir Sehr schön So Ich verliere gerade so ein bisschen den Überblick, wo wir Da müssen wir hin Sehr schön Hammer, das Krokodil, sauber Äh, hallo? Gut Der Nächste ist da oben Haben wir dann alle Bisherigen? Einer fehlt noch Den würde ich, glaube ich, noch machen Ich glaube, den würde ich, glaube ich, noch machen Und dann würde ich, glaube ich, für heute erstmal mit After Us Zum Ende Zum Ende kommen Du hast da was hingelegt Und ich fall direkt runter So Oh Eine neue Erinnerung freigeschaltet. Sie wurde erwachsen und machte ihr eigenes Ding. Sie waren traurig, aber sie musste irgendwann gehen. Oh je, 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 so, wo müssen wir denn weiter? Ich, also hier muss ich sagen, bin ich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich gerade ein bisschen verwirrt, wo hier der Weg weitergeht, weil hier so viele Gänge und Wege sind. Hier glaube ich, ne? Ich glaube, das könnte der richtige Weg sein. Nach oben und man wird dich loben. Ein Bäumchen auf dem Steinchen, sehr schön. Ich guck mal, okay, der letzte kommt, der ist ziemlich in der Nähe, glaube ich. Oh, Feuer. Da hinten, alles klar. Was ist das denn? Oha. Wir holen uns erstmal die Erinnerung, würde ich sagen, die nicht hier ist, sondern wahrscheinlich hier, ne? Ja. Sehr schön, oder beziehungsweise nicht Erinnerung, sondern Geist. Die Schlange. Das heißt, wir haben, nee, nicht alle, zwei fehlen noch. Haben wir welche übersehen? Haben wir nicht, ne? Also, sonst wären die ja hier auf dem Kurs. Okay. Also, wir haben keine übersehen, das heißt, wahrscheinlich kommen welche. Oh, wir müssen, wir müssen wieder kämpfen, ne? Das ist quasi wieder so ein Checkpoint. Ja, wir müssen wieder kämpfen. Oh, Donner. Oh, lassen wir ihn ruhen. Nein, 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 nein. Oh, Alter, was? Mit dem Fuß? Ernsthaft? Euer Ernst? So. So, einen haben wir. Boah, Alter, Frigatelle mit dem Kochtopf auf dem Kopf. Ich hab keine Frigatelle hingekriegt, was soll denn das? Alter, hör auf damit, lass das. Nein, nein, was? Haben wir mich einfach in die Hintertentakeln geschmissen. Aber ich glaub, der eine ist gespeichert, ne? Den wir gekriegt haben. Nee, shit, sind wieder alle drei da. Okay, aber, bam, Frigatelle muss fallen. Nein. Oh, Mist, diese Tentakeln. Das gibt's doch nicht. Nein, nein, ich spring auch noch dahin, ich bin so doof. Nein, Frigatelle. Das war's, glaub ich. Das tut mir so leid. Ein Ölbohrer. Der aufgehört hat. Oder? Nein, er bohrt weiter. Oh, hier. Aufhören, Ressourcen zu farmen von der Erde. Sehr schön. Gut. Ich würd sagen, das ist doch ein schöner Speicherpunkt.